Moin und herzlich willkommen in der Elbphilharmonie. Heute wollen wir uns anschauen, wie die unterschiedlichen Pfeifentypen Register ergeben und diese unterschiedlichen Register sich in sogenannte Werke zusammenfassen lassen. Die Register. Bei dem Orgelmodell konnten wir ja sehr gut sehen, dass ein Register eine Pfeifenreihe einer Sorte von dem höchsten bis zu tiefsten Ton Register genannt wird. Dort hatten wir so Registerzüge, daher kommt auch die Bezeichnung Registerziehen. Hier an unserer Gleisorgel haben wir so elegante Kippschalter und hinter jedem dieser weißen Kippschalter verbirgt sich im Grunde ein Register. Ich schalte einmal eins ein, hier von dem tiefsten Pfeifen. Bis zum höchsten Ton haben wir von C bis C 61 Pfeifen und so kommen wir dann in der Summe mit 69 Registern auf insgesamt 4765 Pfeifen. Wenn wir jetzt noch einmal an das Modell zurückdenken, dann haben wir dort ja labiale Pfeifen gehabt und linguale. Schauen wir uns einmal die Labialpfeifen an. Dort haben wir im Grunde drei unterschiedliche Formen, Mensuren, nämlich ganz schlanke, mittlere und weite Pfeifen. Zunächst einmal zu den schlanken Registern die Streicher. Da haben wir hier eine Viola. Wenn wir zu den mittleren Registern nun gehen, den sogenannten Prinzipalen, werden wir hören, dass sie weniger Strich, so weniger W am Ton haben und mehr ein Oh gehen. Und die ganz weiten Register, das sind die Flöten. Die drei Register, die wir jetzt gerade gehört haben, Flöten, Prinzipale und Streicher, hatten alle die gleiche Tonhöhe, nur in der Mensur waren sie unterschiedlich. Das kann man mit einer ganz alltäglichen Situation vergleichen, nämlich wenn Sie einen Anzug kaufen müssen. Dort haben Sie Ihre Körpergröße, 1,88 Meter, aber dann stellt sich die Frage, wie ist Ihre Figur dazu? Brauchen Sie etwas weiteres, die 20er, 30er Größen? Haben Sie eine normale Figur, 40er, 50er oder sind Sie ganz schlank, wie in meinem Fall, und brauchen 90er Größen? Das waren also die Labialpfeifen. Schauen wir uns jetzt die lingualen Pfeifen an, wie bei dem Modell, dann haben wir gesehen, dass es dort ganz unterschiedliche Formen und Längen der Becher gibt. Und man kann im Grunde das bei der Orgel auch in drei Gruppen einteilen. Es gibt also ganz kurze Zungen, kurzbecherige Zungen, mittlere, weichere und ganz lange offene Schallbecher. Also die kurzbecherige Zunge ist bei uns eine Vox Humana, menschliche Stimme. Man hat sich vielleicht den menschlichen Gesang früher so vorgestellt. Dann gehen wir weiter zur Oboe. Dort ist der Schallbecher schon um ein Vielfaches länger als bei der Vox Humana. Wir können immer noch gut das Schnarr in dieser Zunge hören, aber es ist schon deutlich milder. Und dann gehen wir zur Trompete und da hören wir dann einen ganz offenen, trichterförmigen Schallbecher. Nun haben wir gesehen, dass es also innerhalb der zwei Gruppen, den Labialpfeifen und Lingualpfeifen, ganz unterschiedliche Differenzierungsmöglichkeiten gibt. Wir haben wie gesagt 69 Register ganz unterschiedlicher Klangfarbe und Couleur und die gruppieren sich in unserer Orgel in unterschiedliche Teilwerke. Man gibt den Werken immer unterschiedliche Namen und das unterste Werk an unserer Orgel ist das sogenannte Chorwerk. Das heißt Chorwerk, weil es zum Beispiel dazu dient, einen Chor oder Instrumentalisten hier in Bühnennähe zu begleiten. Es ist wichtig zu wissen, dass es bei der Orgel keine Anschlagdynamik gibt, wie es beim Klavier der Fall ist. Ich zeige Ihnen das einmal ganz plakativ. Sie können diese Taste ganz zart spielen oder mit Schmackes. Sie verletzen sich also höchstens den Finger, aber der Ton wird nicht lauter. Das heißt, wenn wir eine Orgel dynamisch im Klang gestalten wollen, haben wir nur die Möglichkeit durch das Zuschalten von Registern oder Reduzieren oder wie bei diesem Chorwerk den Schweller zu benutzen. Da haben wir hier unten so Fußtritte und wenn wir die bewegen, dann öffnen sich dort oben und schließen sich die Schwell-Jalousien. Also, ich schließe den Schweller einmal. Das ist also das Chorwerk, Schwellbar. Direkt dort drüber haben wir auch ein Schwellwerk, das Schwellwerk heißt. Über dem Schwellwerk haben wir dann das sogenannte Hauptwerk, wo sich das klangliche Rückgrat unserer Orgel befindet. Es geht noch weiter. Die Orgel geht ganz nach oben bis unter die Decke. Dort befindet sich das Solowerk mit sehr kräftigen und solistischen Registern. Jeden dieser Teilwerke ist eine dieser Klaviaturen zugeordnet. Zudem haben wir noch eine ganze Klaviatur für die Füße. Diese Pfeifen erstrecken sich über die gesamte Orgel aufgrund ihrer Größe und wir haben noch vier Register hier oben in dem Deckenreflektor, die wir uns frei zuschalten können, also vom ersten Spielen oder vom dritten oder mit den Füßen, wie auch immer. Im Grunde kann man unsere Orgel also mit einem mehrgeschossigen Wohnhaus vergleichen. Die einzelnen Teilwerke wären die Wohnungen oder Räume, die mit einer individuellen Registerzusammenstellung eingerichtet sind. Wie wir damit jetzt nun Musik machen können, werden wir beim nächsten Mal erleben.